Okay, es gab also einen Angriff auf ein paar Wissenschaftler, stimmt's? Richtig. Edie, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Städte zu einem Ziel gemacht haben. Ja, der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das von ihr entdeckte Artefakt macht vielleicht Probleme. Wir haben gesehen, was passieren kann. Okay. Bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Hier sind Feinde. Bringen Sie uns rein. Commander, auf der Landeplattform. Das ist sie. Achtung, Shuttle. Hier spricht Dr. Anne Bryson. Wir werden angegriffen. Okay. Dann also. Bringen Sie uns rüber. Negativ, zu heiß. Fliege untere Plattform an. Festhalten. Jetzt. Los. Sprengen. Aua. Jetzt stecken wir in der Scheiße, Commander. Uua. Ich will sowas nicht hören. Bewegung. Sie ist irgendwo über uns. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle. Ui. Und außerdem sage ich Hallo Leute. Und. Alter ist das krass. Guckt euch mal an, wie viele Heuschrecken das sind. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Zu einer neuen Episode. Ist da jemand? Ist da jemand? Ich komme runter. Von Uua. Nein. Bleiben Sie wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Ja, okay. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite von diesem ganzen Krachbumpeng. Hallo zu einer weiteren Folge von Mass Effect. So, jetzt habe ich es endlich mal rausgebracht. Ui. Die haben den Fahrstuhl versteckt. Das ist nicht sehr freundlich. Wo wollen die Husks alle hin? Warum spielt keiner mit uns? Okay. Bis jetzt erscheint mir das hier eine ziemlich wackelige Lösung für das Provinz. Boah, rein. So, können wir jetzt diesen Fahrstuhl in den Drachen scheiße. Oh, das ist ja wieder was für mich hier. Der ist tot. Sie sind überall hier oben. Können Sie sich irgendwo verstecken? Ich versuch's. Tun Sie das und bleiben Sie dann dort. Hm. Ich weiß gerade nicht, ob ich nicht eventuell lieber den anderen Weg gegangen wäre. Da ist gerade eine Granate geflogen. Wer hat denn die geworfen? Äh, hier die Leiter runter, wisst ihr? Ach, dann wären wir hier auch rausgekommen. Okay. Alles gut. Ich fühl mich mal da drin. Umsehen, gib mir mal Deckung. Ui. Ui. Die haben den Fahrstuhl kaputt gemacht. Schon wieder. Am wenigsten liegt hier noch ein bisschen Scheiß zum Einsameln rum. Besser als gar nichts. Was zur Hölle ist das? Ach, das ist einfach nur ein Tuch, ne? Oh Gott. So, okay, wir nehmen einen anderen Weg. Aber welchen? Da geht es recht weit runter. Ich weiß nicht, ob man da hin möchte unbedingt. Ha. Gareth? Wo geht's denn lang? Bin ich jetzt doof? Hä? Halt, da liegt was. Eine Waffe. Okay. Ähm, hä? Wahrscheinlich übersehe ich gerade wieder das Offensichtliche. Ist mir doch ein bisschen riskant, wenn das hier steht. Wir müssen da irgendwie... Wir müssen wieder nach oben, oder? Ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Und insgesamt halt auch weiter nach oben noch. Aber hier kommen wir doch auch nicht mehr weiter. Ich bin gerade... Hä? Reaper. Da können die mir eigentlich hinterher? Ja. Okay, ich hatte gehofft, dass die mir vielleicht einen Weg zeigen könnten, wo es weitergeht. Leute, ich bin gerade überfordert. Ah! Na, Uwe! Sag das doch, dass da eine Leiter ist! Flump! Hass-Kloppen. Das hätten sie mir aber sagen können, dass das eine Leiter ist. Ja, das hat den Spielfluss gerade auch viel zu sehr lahmgelegt. Das musste eigentlich da in der Nähe sein. Die Menschen verehren den Reaper. Oder etwas anderes. Geht ganz schnell. Das ist nicht unbedingt eine weitere Option. Oh, shit. Meinst du nicht eher... Wir hatten eine Banshee. Wow, war das effektiv. Okay, aber die Brücke lässt sich Zeit, ne? Bewegung! Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein! Aber habt ihr gesehen, wie wir gerade diese Banshee auseinandergenommen haben? Das war doch mal geil. Das war doch mal richtig... Wow. Richtig geil. Hier entlang. Oh, wie viele von den Pellern sind denn hier eigentlich noch? Haben wir nicht bewiesen, dass wir besser sind als die Reaper? Da ist der Fahrstuhl! Alles klar! Unsere absolute Überlegenheit steht ja wohl außer Frage hier. Also warum müssen wir uns immer noch weiter beweisen? Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Hier langt jetzt wieder, oder was? Das sieht sehr instabil aus. Das sieht sehr instabil aus. Oh, ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Wow. Aber das kommt mir gerade alles wieder so bekannt vor hier. Hier ist schon wieder die gleiche Zeichnung. Oh, ein Ravager. Zwei Ravager sogar. Da oben ist noch einer. Aber der hat ein explosives Fass neben sich stehen. Was schon mal ein bisschen was von der Bedrohung wegnimmt. So, noch mehr. Ah ja, da sind noch Kannibalen. Quasi Battarianer-Husks, ne? Was bist du? Bin ja sehr gespannt, wohin die Suche führen wird. Oh, hi. Bye. Äh, bye. So ein Sackgesicht, ey. Sind wir da draußen? Sind wir das richtig? Ja, anscheinend tue ich das. Das ist ja wohl mehr als wackelig da hinten. Ich bleibe lieber hier. Nicht, dass wir da noch ganz abstürzen. Wenn das den Reapern so wichtig ist, wo sind dann eigentlich die Reaper-Großkampfschiffe? Oder wollen die sich nicht in Gefahr bringen, weil Leviathan ja Reaper vernichten kann? Sie haben einen Assistenten Hopkins angegriffen. Wir werden umzingelt. Bleiben Sie versteckt, Doktor. Wir versuchen es ja, aber es sind zu viele. Beeilen Sie sich. Ich bin ja dabei, mich zu beeilen. Ui. Hi. Ich bin ja dabei, mich zu beeilen. Aber das Spiel besteht, ab Teufel komm raus, auf Gameplay. Ich bin auch schon sehr gespannt auf Mass Effect Andromeda, möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken. Uah. Oh, oh. wir machen so schnell wie kann halten sie durch soll das ein witz sein hier gerade das ist ein witz oder jetzt reagiert er wo er schon fast tot ist es hätte etwas problematischer werden können ich will nicht sagen schwierig aber etwas problematischer als es letztendlich war wenn der brut da gleich reagiert hätte wir gehen außen warum fällt hier eigentlich alles zusammen tut das heute mal auf die uhr auf die traditionelle art da vorne steht da ich wollte sagen da vorne ist eine holzschrecke aber die ist ja gar nicht da vorne die ist ja hier haben wir sie verscheucht ich hoffe wir haben sie verscheucht wie weit ist es denn noch mal so aus neugier gefragt warum habt ihr nicht auf uns geschossen oder so aus neugier gefragt warum bleibst du einfach stehen wenn ich versuche vorzuhalten nur mal so aus neugier gefragt hier aufwärts auf und ab und auf und ab mir wird schon ganz schwindelig beschreit es doch bitte nicht da kann doch dann nichts bei rauskommen ein paar credits nehmen wir noch mit ein medikit das wir nicht brauchen und ein Fahrstuhl heißt das wir haben sie abschnitt jetzt geschafft oder ne anscheinend nicht oder er wollte weglaufen ich habe ihm abgeraten aber er wollte den anderen helfen wo sind nur alle hin es tut mir leid sie haben es nicht geschafft Doktor sie müssen mit mir kommen oh Gott ja natürlich müssen wir sie jetzt eskortieren oder und wo ist das Artefakt war an einer anderen ausgrabungsstätte als sie angriffen ich kam so schnell wie möglich zurück aber was geht hier vor kommander ich bin nicht sicher aber es könnte etwas mit diesen bildern zu tun haben ist das leviathan ja wir glauben schon er ist alt viel älter als mein vater dachte dort scheinen die eingeborenen unter seiner macht zu stehen ganz klar ein reaper aber er handelt allein anders als alle reaper die wir kennen Doktor sie haben doch vor kurzem etwas gefunden das Artefakt ja natürlich unglaublich es ist gleich da vorn es klingt seltsam aber ich glaube es beeinflusst das verhalten ich hatte bislang nur wenig zeit zur untersuchung überhaupt nicht seltsam haben sie was gefunden nicht viel aber ich weiß etwas über die energie die es erzeugt runter was machen die da sie haben es irgendwie aktiviert ich habe noch nie etwas Doktor sie wissen zu viel die dunkelheit wird nicht durchbrochen Schildern ausschalten sofort sind sie okay Cortez wir haben ein Bryson holen sie uns raus bin unterwegs Commander verstanden wenn sie das Shuttle sehen laufen sie los nicht zurückschauen okay ja wieso bleiben wir jetzt noch hier Landezone sichern oder was also ist Leviathan doch ein Reaper wir schalten sie aus okay das wird jetzt interessant aber die haben wir auch schon zur Hälfte runtergekloppt und tschüss Mann doch nicht und tschüss Mann das war im Nachhinein betrachtet eigentlich ziemlich einfach und unproblematisch das ist ja ein Kannibale ach das ist ja süß die glauben wirklich sie könnten uns aufhalten Augen zu und durch ich hau ab ich will nur vorher gucken ob mir noch irgendwas zum einsammeln liegt Jungs hier gibt mir doch Deckung oder ah ja hier ist noch Geld zwar nur 2500 Credits aber es ist immerhin etwas okay ich komme ich bin gleich da lass uns abhauen ja wir sind ja fertig ja kommande glaube schon ich bin umgekippt Leviathan hat sie übernommen aber wir konnten rechtzeitig die Verbindung kappen Leviathan selbst das ist unglaublich die Reaper sind an ihm ebenso interessiert wie wir es sieht ganz danach aus vielleicht können sie uns helfen den Grund herauszufinden aber vorher habe ich schlechte Nachrichten nennen sie mich Anne könnte Leviathan sich von den Reapern losgesagt haben nicht in den Orkus Nebel zurückgekehrt sein ein Deserteur oder ein Überläufer ich rufe sofort meinen Vater an er muss das wissen Anne sie müssen mir zuhören okay ihr Vater ist tot es tut mir leid er ist was tot das kann nicht sein wir haben ihn getroffen um herauszufinden was er wusste es gab einen Vorfall es gab einen Vorfall sie haben nicht als erste die Kontrolle verloren der Assistent ihres Vaters erst war er ganz normal und plötzlich schoss er auf ihren Vater ich konnte nichts tun ich kann das nicht glauben wir müssen herausfinden was hinter all dem steckt und nur sie können uns helfen Anne ich ich will sein Büro sehen wir arrangieren den Transport und treffen sie dort gut death dass das mit das